hallo leute und willkommen zu teil 2 von me apple cats häkel club ich habe hier ganz neues gahn und das werden wir heute verarbeiten natürlich nicht das hier gehört zu unserem land rover defender bau ja teil 1 könnt ihr euch gerne noch mal anschauen wenn ihr den verpasst habt findet ihr alles hier unten in der video beschreibung verlinkt und heute geht es weiter mit teil 2 soweit sind wir gekommen sehr technisch sehr viel getriebe sehr viele pinne mit der aufnahme hier mit federung also der heißt dass in dem fahrwerk dem vorderen ich glaube dem vorderen oder dem hinteren oder naja wir werden sehen auf jeden fall die coole federung ist schon dran wir haben hier schon einiges getriebemäßig verbaut wo kann ich denn jetzt mal drehen dass man das sieht da kann ich ein bisschen drehen und da kann man drehen und da hinten winkt er auch schon mit dem kadern gelenk also den brocken haben wir schon verbaut so sieht unsere bauanleitung aus es ist kein original lego set sondern eine kopie die ich bei aliexpress gekauft habe kam aus tschechien völlig stressfrei für 80 euro und wer den dann auch gerne bauen möchte den link findet ihr in der video beschreibung hier unten und ich suche hier noch ganz verzweifelt den anfang wo wir heute jetzt loslegen werden das wäre in der anleitung nämlich auf seite 21 bauabschnitt zwei so soll unser endergebnis aussehen da kommt unser häkel garn dran das ist nachher für die winde und ich habe die ganzen tellerchen schon voll gemacht mit den teilen die hier verbaut werden heute und ja dann werde ich gar nicht mehr viel quatschen ach schaut euch das mal an richtig geil ja ein haufen pinne also gar nicht viel quatschen wir bauen direkt weiter unseren land rover defender tja mensch was soll ich sagen ich habe quasi ein flashback denn ich habe hier was gebaut das erinnert mich doch sehr 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 das teilchen hier nämlich noch mal eine radaufhängung und ja die federung die ist auch schon hier oben dran aber es gibt einen unterschied wenn jemand auf die federung seht dann seht ihr dass wir hier zweimal diese rote federung verbaut haben das ist die festere version und hier haben wir einmal die graue gebaut also hier die graue die ist also sehr weich und dann noch mal die rote die ist deutlich fester also hier haben wir eine weichere federung dann würde ich mal sagen das hier ist hinten das hier ist vorn oder doch umgekehrt ich weiß es immer noch nicht aber ist auch völlig egal ihr seht so sieht das teil aktuell aus wir haben hier wieder diesen beweglichen part an der seite wo dann später auch der feder weg dann realisiert wird mit dieser bewegung wir haben hier noch mal so ein differenzial drin ich kann hier noch mal drehen und dann dreht sich hier drinnen so dreht sich ja richtig gut habe ich da mist gebaut oder naja es sollte sich auf jeden fall drehen aber hier hakt im moment da muss ich noch mal aha ich wollte schon sagen da muss ich noch mal schauen das ist auf jeden fall nicht so leichtgängig wie ich mir das gewünscht habe hier sieht man es besser wenn ich hier am rad drehe dann geht es eben auch hier in der mitte los ja also viel viel technik gebauer immer noch und ja das macht auch spaß und wenn man da erst mal rein gefunden hat in dieses ganze zusammengepinne und es ist ja wirklich cool also ich baue gerne mit technik pinnen und auch hier mit diesen pin auf achse teilen das macht echt freude und technik bauen ist auch was schönes und ich habe sogar zwei steine gehabt ja so richtig mit mit noppen zum aufstecken hier gibt es noch mal sowas ja da mag man noch mal kurz dass man jedoch bei klemmbausteinen ist auch wenn es hier sehr in der technik sparte liegt macht immer noch richtig freude bisher noch kein fehlteil gehabt keine schwäche in irgendeiner art und weise und wir sind hier auf der seite 26 und gerade hier bei bauschritt 86 das ist das kleine teilchen hier naja und wenn ich immer kurz weiter plättere dann muss ich ja noch eine ganze menge anbauen bis dann irgendwann hier in irgendeiner form hochzeit gefeiert wird ja soll ja schließlich ein land rover werden so viel zum zwischen bericht weiter geht's ja sieht mittlerweile aus wie auf dem schrottplatz hier ein teil da ein teil hier ein bisschen was und das wird später wohl noch alles zusammengesetzt aber ich muss mal eine kurze pause machen und baut sich hier richtig in trance aktuell ja bin ich hier in dem teil dran keine ahnung wo es hinkommt das ist ja die überraschung aber hier läuft es noch nicht so ganz rund das hängt da hat sich was verschoben so ja so ist besser wunderbar man muss ja immer schauen dass hier alles schön rund läuft aber was ich euch eigentlich zeigen wollte ich glaube dass hier wird das vorderteil denn das hier könnte sein dass dort irgendwie so ein motor so ein schöner sechs zylinder angedeutet ist ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher auch hier unten ja das sieht aus wie so eine nockenwelle also drehen kann ich sie nicht ich habe mal darauf geachtet sie so einzubauen hier wie es in der anleitung ist aber drehen lässt sich dann nix ich hoffe ich habe mich da nicht irgendwie verbaut aber ganz cool hier haben wir noch mal die antriebswelle da seht ihr wenn ich da drehe dann läuft hier vorne das rad oder das wo das rad dran kommt aber wir haben die lenkung fertig gebaut eben muss ich nur mal überlegen wo ja genau ich muss kurz schauen wo die lenkung war so ich glaube das mal ein ihr achtet mal bitte hier auf die radaufnahmen und wenn ich hier an der lenkung drehe dann geht es nach rechts und nach links jawohl sehr schön also da hat sich schon richtig was getan gelöst ist das ganze so nach alles so schwarz ich hoffe ihr könnt erkennen wir haben hier ein schwarzes zahnrad und hier so eine zahnstange da da kann man die sehen und da läuft der moment da muss ich ja drehen wisst ihr was ich mache mal den blitz an jawohl so geht es doch besser blitz an und man kann hier die wunderbar kompliziert einfache technik sehen also das ist echt einfach gelöst dann läuft hier das zahnrädchen über die zahnstange und damit wird dann eben hier ja die lenkung bewerkstelligt sehr schön sehr schön so kann man ja viel besser sehen auch da hinten die nockenwelle also es macht echt freude vor allem wenn man baut und baut und baut und dann setzt man was zusammen und man sieht ja da funktioniert ja was und merkt dann ach ja das habe ich hier gerade gebaut das sind immer so die schönen momente ja und dann kommt das hier irgendwie später dann zusammen also ihr seht ich bin immer noch am technischen teil dran bei der optik da sind wir noch lange lange nicht angelangt wir sind mittlerweile auf der seite 35 der anleitung und bei bauabschnitt 125 und noch mal zur erinnerung wir haben ach so nee es ist ja immer nur doch sekunde da kann man das sehen ich glaube oder nee doch nicht ach vergesst was ich gesagt habe das ist mit der anleitung hier ein bisschen kompliziert so viel habe ich verbaut von der anleitung und so viel ist noch da also noch viel 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 aber es macht mir wirklich auch mal zur abwechslung richtig viel freude hier so ein technik modell zu bauen meine güte hier kann man echt den überblick verlieren bei dem ganzen gebaut es wird immer unübersichtlicher also hier in dem teil habe ich gar nichts weiter gebaut aber hier da hat sich einiges getan aus zwei teilen ist eins geworden ich habe also die erste hochzeit gehabt das heißt also ja dieser abschnitt hier der kam dann an diesen hier dran und ja ich habe so eine ganze menge dran gebaut also es fällt mir jetzt schon schwer zu sagen was ich da genau dran gebaut habe aber wir schauen einfach mal drüber 1 20 noch ganz genau aufkleber ja ich habe die ersten aufkleber dran gepackt und zwar einmal hier low und oder l 0 und h 0 und drive neutral und rear also hier gang schaltung fahren neutral rückwärtsgang hier noch mal so ein plus und minus das sind die ersten aufkleber und man sieht schon ja passt von der farbe jetzt nicht so hundertprozentig aber naja lassen wir es mal dann haben wir hier solche hebelchen ob man damit wirklich doch ich habe es noch gar nicht ausprobiert damit kann man wirklich hier schalten einmal hier und einmal hier klackt jetzt nichts aber wenn ich den hier drehe da kann man hier unten das hebelchen sehen und dann geht das so klack klack er müsste doch auf der anderen seite genauso funktionieren aber da macht es nicht klack klack wieso denn nicht keine ahnung ich hoffe das passt so muss ich dann später herausfinden ob das so richtig war oder nicht jeden fall ihr seht hier auch eine ganze menge an rädchen drin was ich hier alles auch noch mal mit drehen lässt und was hier alles drangebaut wird also ich kann es euch gar nicht mehr so im detail sagen wir haben hier eine längere achse die dadurch geht und wenn hier hochzeit gefeiert wird hier kann man das ganz schön erkennen dass hier das sind diese teile hier also diese langen pinne mit achsaufnahme hier oben drauf und so wird immer hier hochzeit gefeiert die werden erst zu halb hier rein gesteckt dann wird zusammengeführt und dann wird hier diese pin achse komplett einmal durch gesteckt und dann hat man hier eine feste verbindung sowohl hier als auch hier als auch ja hier oben über das rote raus kommt da haben wir das genauso gebaut also so wird das alles hier schön stabil zusammen gesteckt so dass wir dann hier ja eine einheit jetzt haben und ja ich würde sagen die erste hochzeit die kleine habt ihr verpasst aber die große ja von den teilen hier die machen wir jetzt hier mal gemeinsam ich versuche es auf jeden fall mal wir sind auf der seite 42 bauschritt 144 45 ja da haben wir sie die hochzeit und schaut euch mal dieses durcheinander an wahnsinn so und das probiere ich jetzt hier mal mit euch zusammen quasi live zu machen also live vor der kamera und erst mal orientieren das muss so und der muss genau so gedreht werden und dann müssen wir jetzt auch hier diese losen ach kommt mal her diese losen kadern gelenke die müssen hier unten naja hier auf die achsen drauf okay einmal auf die gelbe einmal auf die rote und der kollege hier der muss der muss hier drauf und ich hoffe der rest der findet sich dann ich denke mal das möchte dann irgendwie so in etwa so in a ok da sehe ich gerade noch hier das zahnrad das muss ich hier ganz nach vorne ziehen auf die achse so ok dann schauen aber jetzt direkt schon etwas besser passen möchte wo wo soll denn die achse dahin wo soll denn die die schwarze achse die muss hier hin ok aber wenn ich die hier rein schiebe dann muss doch die müssen da das muss da ja aber dann ist doch dann ist doch das wieder da ist gar nicht so einfach dann ist das da im weg oder ist er zu kurz lasst mich mal schauen das ist ja echt gar nicht so einfach also erstmal auf jeden fall weiter rein und der der musste ich glaube der muss hier ganz weit rein also ihr seht schon ich mache das jetzt hier trotzdem live auch wenn es lange dauert ja viel spaß beim zusehen per doppelt tipp auf den screen könnt ihr zehn sekunden vorsprengen immer wieder noch mal schauen wie oft ihr das machen müsst bis es hier passt also noch mal schauen ich denke ich denke ich denke dass ich bin hier am hadern hier mit dem zahnrad wo das genau hinkommen soll ich sehe zwar dass die schwarze achse wo die drüber wo die darüber hinkommen soll aber irgendwie ja erschließt sich mir nicht hier die sinnhaftigkeit dass ich jetzt das teil da soweit vorgezogen habe und das hier das hängt mir da irgendwie total im weg dafür okay also wir versuchen es noch mal also das musste hier drauf die müsste dann eigentlich da sein aber dann wird mir das hier irgendwie auch ein wenig zu kurz oder habe ich die achse hier zu weit rein gesteckt das könnte natürlich auch sein ich habe die nämlich hier volles rohr einfach durchgesteckt logischerweise denke ich mal und ich ziehe die man noch ein stückchen auch gott wenn ich das hinkriegt doch mal hier ein stückchen raus ohne hier alles auseinander scheiße zu reißen aber der käse dreht sich ja eh nicht mit wofür brauche ich denn das das ist nur für für hier die die schaltung zu machen ach das ist ja cool schau mal her habe ich vorher noch gar nicht gesehen wie sich das hier jetzt dreht und dann wie dann hier geschaltet wird schön dann hätten wir das auch noch gesehen weiter zum aktuellen problem das muss doch alles viel weiter da rein das muss doch da alles viel weiter rein und dieses verflixte das ist doch voll im weg auf dem bild sieht so aus näher als wäre das gelbe zahnrad das wir hier haben nach dem zusammen stecken im moment da nicht das ist es hier direkt da unten dran ach du lieber gott ok freunde das hat prima geklappt ich habe jetzt hier noch mehr auseinander gebaut wieder ich mache es doch mal eben kurz ohne die kamera und zeige euch dann nur den erfolg youtube magie so jetzt ja scheint es einigermaßen zu passen meine güte was eine fummelei also hier noch mal die verbindungen herstellen dem wir hier diese beiden blauen pinne durchstecken dann haben wir hier oben einmal die verbindung hergestellt hier unten haben wir es entsprechend eingesteckt jetzt muss ich aber hier das zahnrad das habe ich eben also hier dieses hier vorne das graue das hat mir da voll im weg gestanden ich habe das ein bisschen nach vorne gezogen auf der achse ziehe es jetzt nochmal zurück zurück so wie es eigentlich auf der anleitung dargestellt wird und dann ist es auch da durchgesteckt und dann stöpseln wir mal noch hier die kadernwellen an einmal muss das hier auf die gelbe achse na komm schon meine güte das ist aber hier echt nur fummel arbeit so und einmal hier auf die rote achse auch noch kommen geht rauf widerstand ist zwecklos geschafft geschafft wir haben hochzeit gefeiert das war aber eine schwere geburt lasst mal sehen ob ich alles auch habe also wir haben hier kadern kadern da und da drauf das teil ist hier oben das haben wir drauf gesteckt dass das das dann haben wir den pin und den pin und ja das das war es also die beiden pinne hier und dann haben wir jetzt hier mal ja quasi eine technik einheit und unser technisches grundgerüst ist jetzt erstmal fertig hier ist von vorne hier ist hinten ganz schöner brocken meine güte schaut euch den brummer mal an das ist schon ja ein cooles stück technik und das ließ sich alles auch gut bauen das hier war jetzt echt gerade der schwierigste part den ich bisher hatte und weil das hier doch noch ein wenig wackelig ist wird jetzt hier noch weiter verstärkt da kommen noch ein paar teile dran wo noch hier mehr verstrebt wird hier über diesen hier über diesen ganzen bereich rüber wie es aussieht und ja einfach hier mehr stabilität reingebracht ja also soweit so gut ich glaube ich habe alles erzählt ich habe bestimmt doch irgendwas vergessen was ich euch sagen wollte aber ach schaut her jetzt jetzt knackt auch hier bei dem schaltungsteil jetzt wo alles zusammen gesteckt ist also scheint hier doch alles zu passen ja also wie gesagt ich habe ja bestimmt einiges vergessen aber es ist so jeder verliert verliert man echt den überblick wenn man hier baut und baut 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 und dann denkt man mensch das dann muss ich zeigen und dann später wo war es denn gewesen ich weiß es nicht egal ich weiß aber wo ich bin bei bauabschnitt 146 auf seite 43 jetzt wird hier noch ein bisschen verstärkt na wie gefällt euch mein moppelchen jetzt ist das schön stabil geworden also jetzt wurde hier wirklich alles verstärkt man kann ihn überall hochheben und da fällt nichts mehr ab und da biegt sich nichts mehr durch sieht also mittlerweile schon richtig cool nach fahrwerk aus macht auch richtig freude gerade jetzt wenn man so manches zusammensteckt nochmal und dann plötzlich die funktionen entdeckt ja wie zum beispiel die lenkung also ich habe ja hier hier kann man das sehen das lenkrad ist dran gebaut jawohl so also lenkrad ist dran heißt ich kann jetzt auch lenken und wenn man jetzt hier am lenkrad dreht sieht man wie sich hier auch entsprechend dann was bewegt sowohl hier als auch ja da kann man es auch sehen da oben und das funktioniert dann wunderbar hier über diese kardanwelle da geht es dann hier runter und dann drehen sich da die ganzen zahnrädchen bis hier vorne hin ach ein traum sehr schön also das macht schon spaß wenn es dann funktioniert dann habe ich hier vorne noch was was sich jetzt dreht was gerade zum schluss hier gebaut wurde das ist hier das ding ich denke mal hier kommt die winde später dran ihr wisst schon das gute garn mit dem ich das video hier eingeleitet habe das wird dann hier wahrscheinlich irgendwie aufgewickelt werden können davon gehe ich mal aus jetzt die federung die ist jetzt hier auch endgültig befestigt worden hier oben da wurde so eine achse hier durchgesteckt und und ja jetzt hat er hier seinen federweg aber der ist vorne ja echt gering schaut mal her der kann da vorne nur so ein bisschen ein federn und hinten da war es doch schon richtig richtig viel entweder ist das so gedacht hier hinten da geht er richtig durch also da ist der federweg groß hier vorne da ist er etwas kleiner aber wie gesagt ist jetzt alles hier mit verbaut worden so was wollte ich euch denn noch zeigen hier zum beispiel diese kleine achse hier die kann sich jetzt auch drehen und dann dreht hier oben noch was allerdings die dreht aktuell noch ins ja doch ins leere also da muss noch irgendwie was hinterher kommen und dann haben wir natürlich noch mal ja wo kann ich das denn jetzt zeigen lasst mich kurz schauen genau hier kann man das sehen wenn ich jetzt hier mal drehe was ich hier unten alles mit dreht also einmal hier vorne ja diese diese übersetzung dann geht es hier auf die achse rüber weiter hier hinten zum zahnrad da hinten weiter drin da drehen sich dann auch noch entsprechend die zahnräder mit und hier und hier und hier und dann geht es bis ganz hier nach hinten einmal durch und ja da kann man wahrscheinlich hier auch noch mal die übersetzung einständig guck mal ob ich hier was ändere wenn ich jetzt hier mal auf auf das geschaltet habe und ja ne also zumindest kann ich da nichts sehen dass sich da was bewegt und wenn ich hier nochmal drehe dann dreht sich ja auch nochmal was mit also ihr seht es scheint alles toi 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 korrekt zu funktionieren und korrekt zusammengebaut zu sein und ich finde das hier ach das ist ich müsste eigentlich jetzt eine pause machen das ding mal so ein paar tage stehen lassen ich finde das sieht richtig cool aus gefällt mir echt echt gut und ist jetzt schon so groß wie ja da hinten mein badmobil und hier fehlt ja noch die ganze verkleidung die hier mit rundum dann auch angebaut wird also echt ein schönes schönes set macht mir viel freude und den bauabschnitt nummero zwei ja der noch hier in den restlichen teilen hier rum liegt den will ich jetzt noch beenden also weitermachen tja leute das ist der aktuelle baufortschritt und ne ich erkläre noch kurz was ok ich wollte schon sagen weiter geht es also hier unten sieht man wieder einen großen aufkleber den ich aufgebracht habe das ist hier diese stahlblech optik so als trittbrett für den einstieg ich denke mal das soll das darstellen wurde hier unten angebracht die habe ich mich übrigens auch wieder verbaut das passiert so so leicht dann hat es nämlich hier mit dem anbringen nicht gepasst weil das dann zu weit hier vorne war aber habe ich jetzt noch mal direkt bemerkt dann hier vorne ja schaut euch das an hier ist die moment schaut euch das an sage ich und die kamera ist viel zu weit oben so hier ist die seilwinde angebracht und ich kann die jetzt hier wunderbar rausziehen ich habe hier also meine kordel angeknotet genauso habe ich sie hier unten angeknotet und dann kann man die seilwinde dann hier jetzt einwickeln indem man einfach hier oben am rädchen dreht jawohl und dann ist sie wieder am platz und kann los gedreht werden finde ich ganz cool schön gemacht sehr viele ich sag mal Elemente nur um so eine seilwinde zu machen da muss hier noch irgendwas dran kommen ich weiß noch nicht genau was aber ein zahnrad zwei drei vier fünf sechs zahnräder allein um hier die kleine winde zu betreiben naja wieso nicht dann drehen wir mal um und sehen hier einen ja sehr fetten schlauch der hier in den motor rein geht ja also das hier ist der motor jetzt offiziell der landy hat einen sechszylinder und hier haben wir noch einfach nur als deko einen schlauch angebracht genauso wie hier hinten das teil auch einfach nur ein deko element ist apropos deko hier oben habe ich auch noch mal einen aufkleber drauf gebracht das ist hier so vom armaturenbrett zwei andere habe ich mir allerdings gespart und dafür gehen wir einmal hier das wäre nämlich einmal hier auf dem lenkrad wo habe ich denn hier denn ich habe ja gesagt überall wo king of road und dieser ganze kram drauf steht ich weiß gar nicht mehr welches war entweder der hier oder der hier irgendeiner von denen der hätte hier aufs lenkrad drauf gesollt und der andere hätte hier auf die plakette drauf gesollt und das lassen wir mal also überall wo dieses komische king of road steht dann spare ich mir das hier das finde ich noch äußerst merkwürdig hier dieses teil das hängt da echt locker drin aber ich glaube ich habe es richtig gebaut wird vielleicht später noch befestigt oder ich habe irgendwie kolossalen käse gebaut und habe es noch nicht gemerkt auf jeden fall ja da ist noch alles etwas locker ansonsten gibt es gar nicht so viel mehr zu erzählen so viel mehr habe ich hier gar nicht gebaut man kommt gemütlich voran es zieht sich aber auf angenehme art und weise und nach und nach nimmt er hier formen an und er wird immer bulliger finde ich also hier vorne ist er schon richtig bulliger kleiner kollege geworden und macht immer noch spaß also ich werde hier noch ein bisschen weiter bauen so viel ist es nicht mehr hier ein paar kleinteile das hier werden die sitze werden gehe ich mal ganz stark von außen das da ist auch noch für die sitze und ja dann haben wir ihn schon fast fertig mit bauabschnitt nummer zwei auf jeden fall mal hier steht die große 3 das heißt bauabschnitt 2 der ist vorbei und so sieht es aus freunde ja also man sieht direkt was ich hier gemacht habe und zwar habe ich die sitze eingebaut und hier sieht man auch schon direkt eine kleine schwäche von dem set irgendwie klappt hier immer wieder die kopfstütze beim fahrersitz um aber wir schauen mal also wir haben hier einmal die sitze die sind hier auch ordentlich befestigt da kann man nichts rumklappen zumindest vorne nicht bei dem fahrersitz hier kann man den nach hinten klappen also der beifahrer kann hier mal in liegeposition gehen und da der hier so ein bisschen schräg steht und nicht riesen stab hinter hat hält hier auch die kopfstütze aber die klappt trotzdem sehr leicht nach vorne das gefällt mir nicht ganz so gut naja egal dann haben wir hier noch die rücksitzbank die lässt sich auch komplett hier einmal so nach vorne klappen und damit man auch noch mal hier einen blick auf das getriebe unten drunter werfen kann finde ich ganz gut ob man das nachher überhaupt noch sieht wenn das ganze modell rundum verbaut ist das weiß ich nicht und ja viel viel mehr ist hier in dem bauabschnitt gar nicht mehr passiert also wir haben hauptsächlich die sitze reingebaut und mann der da der geht mir echt auf den keks ob das hier wirklich so sein soll naja und damit wäre wie gesagt der bauabschnitt nummero zwei dann auch fertig hier haben wir echt eine ganze menge gemacht und ich glaube das war es dann auch hauptsächlich mit dem technikpart jetzt geht es hier als nächstes an die verkleidung des autos aber das klappt hier alles noch wunderbar ach ja eine sache noch genau die kann ich euch noch zeigen hier ist ja natürlich die lenkung die einmal funktioniert über das lenkrad aber wir werden ja hier auch eine hand of gott steuerung haben das heißt wir müssen hier nicht rein greifen sondern können von oben dann hier auch lenken und das ist genau das hebelchen hier oder hier diese achse die hinter dem sitz steht dann sieht man schon wenn ich die drehe dann dreht sich wie von ja geisterhand das lenkrad und eben auch vorne dann die reifen ja also das wird hier die hand of gott steuerung werden man 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 an der sitz der sitz der sitz naja noch mal genau hier ein kurzer blick wenn ich schon mal am reden bin auf die sitze hier haben wir schön verfließt hier schön verfließt da hinten luftig für den hintern freigelassen das gleiche werden zweimal gleich gebaut hier einmal hier kopfstütze ebenfalls mit so kleinen slopes gebaut im prinzip finde ich ganz nett geraten und fixiert wird der einmal also hier auf eine technik achse aufgesteckt und dann hier nochmal fixiert dass ja hier so eine kleine rote achse durchgesteckt wird und dann ist er hier richtig schön fest kann aber immer noch nach vorne und hinten klappen ja und hier das teil das hier so locker drin sitzt so sieht man da hat sich also nichts mehr getan das kann hier immer noch so vorkommen also da bin ich echt echt skeptisch ob ich da nicht irgendwie mist gebaut habe na ja sei es drum auf jeden fall es ist ein richtiges propper kerlchen übrigens ach ja hier die diese einstiegs trittstufe die haben wir jetzt auf beiden seiten jeweils mit aufklebern und die aufkleber selbst die haben eine gute qualität lassen sich gut verkleben da hatte ich keine probleme gehabt also so von der qualität her ganz gut wie gesagt der krauton der passt nicht so hundertprozentig ja hier nochmal ein kompletter blick auf unser kleines moppelchen und im nächsten schritt wird er dann verkleidet werden und das hier sind übrigens die teile die übergeblieben sind bei bauabschnitt nummer zwei tja leute und das wäre es gewesen wir machen weiter mit bauabschnitt nummer drei wir sind dann auf der seite 72 und bei bau step 220 so viel ist verbaut und so viel ist noch übrig also wir haben noch genug zu tun aber nicht mehr in diesem video leute denn dieses video ist vorüber bauabschnitt 2 ist geschafft und ja wer jetzt auch Lust bekommen hat auf den Land Rover Defender Original Lego oder der günstige China Nachbau alle Links findet ihr hier unten in der Videobeschreibung verlinkt genauso wie die Links zu Teil 1 und den weiteren Teilen bis das kleine Moppelchen hier fertig ist ich habe auf jeden Fall riesen Spaß freue mich aber auch jetzt mal eine kleine Pause zu machen und bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal macht's gut Moment Moppelchen 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 Moppelchen